So, jetzt geht's los. Ich steige jetzt in den ersten Flieger nach München. Und dann geht's nach Dubai. Ich bin schon echt gespannt. Bis bald! Herrlich! Ich bin jetzt gerade in Dubai gelandet und bin gerade in mein Hotel rein. Und ja, jetzt werde ich immer ein paar Stunden schlafen, weil das war ein Nachtflug und ich bin ziemlich fertig. Später werde ich mir immer noch ein bisschen die Altstadt anschauen, wie die Dubai mal gehen und dann werde ich schauen, was heute noch für mich bereit steht. So, ich bin jetzt in Dubai, habe mir noch ein bisschen ausgeschlafen. Dann gehe ich in die riesengroße Dubai mal. Ich bin schon gespannt, ob es drinnen minus 20 Grad hat, gefühlte minus 20 Grad, und ob das ein bisschen erträglicher ist. So, ich bin jetzt noch immer in der Dubai Mall und so beschlossen, ich gehe einmal im Kindl einmal eine Runde Esslaufen. Station ist, Burj Khalifa Dubai Mall. So, ich bin jetzt in Dubai Mall. Musik Musik Musik